Jeden Morgen poste ich ein neues Profilbild. twittern Hast du gelesen, was Jack darüber getwittert hat? der Blog Sie hat einen interessanten Blog geführt, als sie in Kanada wohnte. She kept an interesting blog when she lived in Canada. der Shitstorm Seine rassistischen Äußerungen lösten sofort einen Shitstorm der Entrüstung aus. His racist remarks caused an immediate shitstorm of outrage. der Podcast Man kann den Podcast von unserer Webseite herunterladen. You can download the podcast from our website. das Online-Banking Online-Banking Kann jemand mein Konto hacken, wenn ich Online-Banking mache? Und dann